Leute, ihr wisst ja, dass ich seit kurzem Bubble Tea süchtig bin und diesmal darf ich sogar meinen Bubble Tea alleine machen und ihr seid dabei. Natürlich nehme ich mir erstmal so einen großen Becher. Ich weiß zwar nicht, ob ihr das mögt, aber das Tabioca, das schmeckt mir am besten. So, jetzt tun wir erstmal 200ml schwarzen Tee rein. Dann machen wir drei Löffel davon, was auch immer das sein soll. Jetzt 55ml Karamellsirup. Das kommt jetzt auch da rein. Ich fühle mich gerade irgendwie wie so ein Chemiker. Jetzt kommt das Eis rein und das mixen wir jetzt. So, das Ganze kommt jetzt da rein. Das ist jetzt der letzte Step. Der Aufkleber kommt drauf. Tada!